. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play GTA 5 Part 28 Ich bin auch ein Voldy Boy Und hier mit dem Franklin Schaut mal, ich habe mir etwas geleistet Das ist ein Wacka Hat nur 800.000 Dollar gekostet Und mit den ganzen Veredelungen, die natürlich noch dazu kamen Wahrscheinlich ungefähr eine Million Aber das ist egal Ich habe mir das geleistet Man gönnt sich ja sonst nichts Und es passt wirklich herrlich zu meinem neuen Domizil Genau Aber was ich wollte sagen Jungs und Mädels Wir sollten mit den Missionen weiterfahren Beim letzten Mal hatten wir ja Das Verhör mit Trevor Da mit dem Aserbaidschani Mit dem Asylant Was auch immer Wir haben ihn ja zum Flughafen gebracht Wir haben ihm das Leben geschenkt Eigentlich von FBI her Wäre es so gewesen, dass wir ihn hätten Eliminieren müssen Aber ihr kennt ja Trevor Er hat seinen eigenen Kopf Zum Glück Für den Aserbaidschani Hat er seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen Und ich denke, er hätte auch genug gelitten Okay Ich würde sagen, wir müssen wechseln Zum Trevor Und dort sollte eigentlich Dann nachher die Mission losgehen Wir sehen uns gerade dort Wir sehen uns gerade dort WADE! VOID! ONE OF YOU SHITS MUST BE HERE Hallo Trevor Ich erinnere dich Hallo Wade Ich erinnere dich auch Hallo Trevor Oh, da Hey, Hotlips Where have you been hiding? Oh, n-n-nowhere I got a knot The size of a baseball in here All right Needs a little Loosening up All right Oh Massage me motherfucker Good Good Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate child? Who? The boy The stars in his eyes And I like that What's not like that? Oh, hey Hey there We're at You and him The old father-son issues Gives me the fucking creeps How's the leg, bro? Oh, it's excellent You wanna go? No, I'm good though Hey, I called you boys here To discuss this job That I've been planning The fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael All right? You owe me Hey, did you talk to Lester? I called him He's in the hospital or something, all right? We keep him out And we get 20% Well, unless of course You go States again And have me arrested Hey It wasn't like that You better not have been I mean, like you give a fuck Oh See, I give a fuck, Michael It's a position A fucking viewpoint, all right? Like God Like evolution Like anything else Sunshine, boredom, lies That's what we got Other people, they have other worlds But for me I'm like a vulture Just circling the desert Looking for fucking corpses You know? A carrying-eating motherfucker Do you understand that? Wow Woo Bravo You fucking idiot Man, I still don't get the score What's the fucking plan? We got Floyd All right Now, Floyd's got Not the fuck Get out of here All right Now, Floyd here works at the port He puts me onto Meriwether's security Who were running some tests Out at sea for Uncle Sam We're gonna take whatever it is they're testing Now, got a couple buyers lined up I guarantee No problems No major heat Hmm Let's get going All right Let's take our slightly pasted vibe To an airfield Where I got a sub Got a chopper I got everything we need All right Let's do this, you fucks Sandy Shores airfield, if you please And here's my submarine Floyd, wait Stand by the hangar I guess this is our chopper There's a rig attached to your chopper Hover low over the submarine and they'll connect Fly low over the submarine and it'll hook up I wish you'd done the flying lessons like I told you, but no Nobody can tell Michael anything Connection is good Okay I need to be dropped a couple of clicks west of Polito Cove Okay Das müsste jetzt da vorne irgendwo sein Okay Das müsste jetzt da vorne irgendwo sein Okay It's working I'm picking up a signal All righty-tiny McFlyty, I'm down here My phone's hooked up to the sensors on the sub Bloop 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 I got an app here that should pick up the signal It's relaying the diagnostics from this thing Come on, get to it man An ex-army helicopter hovering by this platform's gonna raise suspicions How deep are you T? Can that thing handle a little pressure? It's safer at the bottom of the ocean than it is strapped to the helicopter you're flying It's going to be a big part of the vehicle Good 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 Ich habe das Gerät! Ich bringe es auf die Oberfläche! Hey Mann, so, äh, Captain Thing, was ist es? We'll know what it is when we can run some tests. Well, what'd it look like? What'd you think it is? Uh, best guess, it was hooked into the rock, maybe on a fault line, so, could be a seismic suppressor to combat earthquakes and tsunamis, or, no, potentially it's like a fusion reactor running on seawater. Like nuclear? Yeah, the good kind of nuclear. And is this what your bar was after? Yeah, well, for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Push the stick, Michael! We gotta move! And here they are! Merriweather boats coming at speed! Where at? Alles klar, he? Jetzt geht die Sache los. Super! Merriweather hat sich eingeschaltet. Go! 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 All steady, here we go! Ah, here we go! Stand on it! Let's go! Clear, here we go! Ah, here we go! Ah, here we go! We got it! I got it! I got it! Oh, thank you! Mehr Schraubchen kommen von hinter uns! Schraubchen, ich schraubchen! Wir können nicht die große Schraubchen! Könnt ihr öffnen die Tür? E-Mailman! All these get in the air! Nöchst one! Versenkt! Oh wow! Der Helikopter hat also recht gelitten. Es ist ein Wunder, dass er sich noch in der Luft hält. Aber ich würde sagen, es ist gar nicht so schlecht gelaufen. Sie wissen, was du getan hast? Die Bühne geht verrückt! Oh, und gut zu sehen, dass du auch! Was hat das gemacht? 10 Jahre? Oh, so you want a drone circling your trailer. We'll get you another score Trevor You owe me wait getting that chopper listen to whatever this fucking moron has to say, okay All right now on that note. I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time Hey, we need a score remember man. I thought I was done not getting paid for these licks Hello, me too Okay, that's it typisch for the Trevor, or Er holt einen Cargobob, er holt ein U-Board Und er holt sich eine Atombombe vom Meeresgrund Wo er nachher den gesamten Militärapparat und den FBI und weiss ich nicht was alles auf dem Hals hat Also das ganze ist eine totale Nullaktion gewesen Und äh Trotzdem ist es sehr spannend gewesen Jungs und Mädels, wir sehen uns beim Let's Play GTA 5 Part 29 Ich bin auch ein Voldemort Und wenn es euch gefallen hat, hinterlegt mir doch bitte ein Like Oder schreibt mir doch etwas in meine Kommentare Und wenn ihr mein Gameplay ganz besonders fasziniert Dann würde ich mich freuen Wenn ihr Abonnenten werdet Bis die Tage, freu mich auf euch iói t ux Vielen Dank.